Die Welt gestalten wir alle gemeinsam. Dafür brauchen wir politische Bildung. Zeitgemäße Angebote in der politischen Bildung zu machen, ist keine einfache Aufgabe. Schließlich gibt es eine Unmenge wissenschaftlicher Untersuchungen, die für die Praxis interessant sind. Und es werden täglich mehr. Die Informationsflut ist von einzelnen Bildungsverantwortlichen kaum zu bewältigen. Bildungsreferenten wie Kim sitzen das ganze Wochenende am Schreibtisch und durchforsten wissenschaftliche Forschungsarbeiten nach relevanten Ergebnissen für ihre Angebote. Und weil Kim bereits mit der Sichtung der Veröffentlichungen komplett ausgelastet ist, leidet nicht nur seine Freizeit darunter. Es fehlt ihm auch Zeit für die Planung von neuen Bildungsangeboten. Seine Kollegin Sophia hat es da viel leichter. Denn sie nutzt das Angebot der Transferstelle politische Bildung, die Ergebnisse empirischer Forschung sammelt und für die Praxis aufbereitet. Bei der Transferstelle findet Kim Forschungsergebnisse, Analysen, Nachrichten und Rezensionen. Und das zu allen Themenfeldern, die für ihn relevant sind. Kim und Sophia können ihre Zeit wieder effektiver nutzen und ihre Angebote besser machen. Und Kims Teilnehmende sind auch glücklich. Transferstelle politische Bildung. Wir bringen Wissenschaft und Praxis zusammen. Transferstelle politische Bildung. 10. 10. 16. 17. Vielen Dank.